Ein Orgelbauer ist ein Handwerker, der verschiedene Orgeln wie Kirchenorgeln, Drehorgeln, Konzertorgeln und Kisturgels entwirft, baut, wartet und intoniert. Der Beruf des Orgelbauers kann als ein echtes Handwerk angesehen werden, in dem Erfahrung und Wissen eine wichtige Rolle spielen. Der Entwurf, Bau und die Stimmung von Orgeln sind Facharbeiten, die nur durch viel praktische Erfahrung in einem Orgelbaubetrieb erlernt werden können. Es gibt verschiedene Arten von Organen, aber alle Organe bestehen aus Metall, Blei, verschiedenen Holzarten und anderen natürlichen Materialien wie Leder, Wolle und Kuknochen für die Schlüssel. Im Gegensatz zu dem, was viele Leute denken, ist der Beruf des Orgelbauers in den Niederlanden nicht ausgestorben, weil es immer noch genügend Nachfrage in Bezug auf den Bau neuer Orgeln und die Renovierung bestehender Orgeln gibt. Die Nachfrage nach Orgelbauern ist in der Regel nicht auf die Niederlande beschränkt, denn es gibt eine Nachfrage nach guten Orgelbauern auf der ganzen Welt. Es gibt verschiedene Orgeltypen, die sich in die Kirchenorgel, die Hausorgel, die Theaterorgel, die Konzertorgel und die Tanzorgel unterteilen lassen. Die Tanzorgel war in der Regel in Ballsälen und in Tanzsälen zu finden. Außerdem kennen wir die Drehorgel, die häufig in Innenstädten oder zum Beispiel auf Jahrmärkten zu finden ist. Der Diener einer Drehorgel wird Organmann genannt. Eine Drehorgel ist eine automatisch spielende Pfeifenorgel, die auch aus anderen Instrumenten, wie ZB-Schlaginstrumenten, bestehen kann. Ein Orgelbauer ist also ein Musikinstrumentenbauer, der sich auf die Konstruktion, Herstellung und Wartung von Orgeln spezialisiert hat. Die Fähigkeit, Stimmungs- und Intonationsorgane zu können, sind ebenfalls wichtige Tätigkeiten eines Orgelbaus. Die Fähigkeit, Stimmungs- und Intonationsorgane zu können,